Hallo liebe Kinder, wir sind's, die Igel. Die Christel ist heute da und Christian ist da und ich bin da und wir wollen gerne einen Sitzkreis mit euch machen. Aber wartet mal, bevor wir anfangen, wer kommt denn da? Hallo Kinder, guten Morgen. Guten Morgen, ich bin's, der Borstel. Oh, wo seid ihr denn? Ich kann euch ja gar nicht sehen. Aber, aber das ist nicht schlimm. Ihr könnt mich ja sehen. Ich setze mich jetzt mal auf meinen Platz. Hallo Borstel, guten Morgen. Setz dich zu uns. Oh, das ist ja toll. Sag mal, sollen wir ein Begrüßungslied singen? Oh ja, was hältst du von, bin ich aufgewacht und die Sonne lacht? Oh, das ist ja eine gute Idee. Dann sehen wir bis drei und dann fangen wir an. Okay. Eins, zwei, drei. Bin ich aufgewacht und die Sonne lacht, heute schon zu mir herein. Wird's ein guter Tag, wird's ein schöner Tag. Ja, das kann nicht anders sein. Guten Tag, guten Tag, wünsch ich allen und viel Glück. Guten Tag, guten Tag, grüßt ein jeder froh zurück. Regnet's auf das Haus, macht mir das nichts aus, weil ich trotzdem lachen kann. Bin ich richtig froh, geht's dir ebenso, gute Laune, die steckt an. Guten Tag, guten Tag, wünsch ich allen und viel Glück. Guten Tag, guten Tag, grüßt ein jeder froh zurück. Oh super, das war toll. Sag mal, Christel, ich hab gesehen, du hast dort drüben schon was mitgebracht. Magst du das den Kindern mal zeigen? Gerne, Aline. Ich steh mal auf und zeig euch mal, wer hier auch zu Besuch gekommen ist. Ich setz mich mal hin und erkennt ihr die? Unsere zehn Zappelmänner? Die zehn Zappelmänner wollen jetzt nämlich gerne mit euch spielen. Okay, wir legen los auf drei. Eins, zwei, drei. Zehn kleine Zappelmänner zappeln hin und her. Zehn kleinen Zappelmännern fällt das gar nicht schwer. Zehn kleine Zappelmänner zappeln rundherum. Zehn kleine Zappelmänner sind ja gar nicht dumm. Zehn kleine Zappelmänner zappeln auf und nieder. Zehn kleine Zappelmänner tun das immer wieder. Zehn kleine Zappelmänner spielten mal Versteck. Zehn kleine Zappelmänner sind auf einmal weg. Oh je, jetzt sind sie weg. Wie bekommen wir sie denn jetzt wieder? Eigentlich würdet ihr uns jetzt ja immer helfen. Aber jetzt nehme ich Ali und Christiane, die helfen mir. Und ihr zu Hause, ihr helft auch, dass wir sie wiederfinden, dass wir sie mal rufen zusammen. Sollen wir wieder bis 13 und dann rufen wir? Eins, zwei, drei. Zappelmänner, wo seid ihr? Hurra, 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 zehn kleine Zappelmänner sind ja wieder da. Hurra, 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 zehn kleine Zappelmänner sind ja wieder da. Tschüss Kinder! Für das nächste Lied sollen wir mal alle einmal aufstehen, liebe Kinder. Da könnt ihr auch toll mitmachen. Vielleicht ja auch die Mamas und Papas. Das kennt ihr bestimmt. Das Lied heißt, das ist hoch und das ist tief. Auf drei legen wir los. Eins, zwei, drei. Das ist hoch und das ist tief. Das ist gerade, das ist schief. Das ist dunkel, das ist hell. Das ist langsam und das ist schnell. Das sind Haare, das ist Haut, das ist leise, das ist laut. Und so drehen wir uns im Kreis. Das ist laut und das ist leis. Das ist groß und das ist klein. Das ist mein Arm und das ist mein Bein. Und das ist traurig, das ist froh. Das ist mein Bauch und das ist mein Po. Super, das habt ihr klasse mitgemacht. Das war's leider schon mit unserem Sitzkreis. Wir würden gerne noch fröhlich gehe ich mit euch singen. Und dann hoffen wir, dass ihr beim nächsten Sitzkreis wieder dabei seid. Tschüss! Auf drei? Eins, zwei, drei. Fröhlich gehe ich, denn der Herr segnet mich. Fröhlich gehe ich, er begleitet mich. Fröhlich gehe ich, denn der Herr segnet mich. Fröhlich gehe ich, er begleitet mich. Tschüss! 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 Tschüss!